Man kann von YouTube leben, man vielleicht schon, aber ich nicht. Zumindest nicht so, wie ich es betreibe. Trotzdem verdiene ich Geld damit. Wie viel, zeige ich euch in diesem Video. Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, heute geht es mal wieder um Geld. Und zwar um das Geld, was ich mit meinem YouTube-Kanal verdiene. Als ich angefangen habe, Werbung bei meinen Videos zu schalten, habe ich gesagt, ich will ganz transparent sein und zeigen, was für einen Umsatz ich damit mache. Ich weiß, einige von euch sagen, lass das, das ist deine Sache, das geht uns nichts an und wir gönnen dir jeden Euro. Ich weiß das und das finde ich auch ganz toll. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass mancher es kritisch sieht, wenn mit YouTube Geld verdient wird, weil dann eventuell die Neutralität der Videos leidet. Mir ist ganz wichtig, das ganz transparent zu machen und aus diesem Grunde werde ich jedes Jahr, Anfang des Jahres, mein altes Jahr Revue passieren lassen. Ich habe die Werbung angefangen zu schalten im September 2020. Da hatte ich noch nicht so einen genauen Überblick. Ich werde euch jetzt das volle Jahr 2021 zeigen. Bevor es aber soweit ist, möchte ich mit den Kosten anfangen, weil das, was ein Kanal unterm Strich abwirft, sind natürlich nicht nur die Einnahmen, sondern dem Ganzen stehen auch Kosten gegenüber. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Euro aufzählen, euch nur mal so einen kleinen Überblick geben, was bei meinem kleinen, nicht kommerziell und nicht professionell betriebenen Kanal so an Kosten anfällt. Zum einen habe ich im Jahr ungefähr 250 oder 300 Euro für Dienstleistungen, Service, die ich in Anspruch nehme. Das sind zum einen Stockfotos und Stockvideos, wo ich mich in eine Datenbank eingekauft habe, um eventuell Zusatzmaterial verwenden zu können. Gleiches gilt für Tonaufnahme, Soundeffekte, Musik. Alles das ist nicht immer lizenzfrei. Lizenzfrei. Natürlich kann man sehr viel Lizenzfrei im Internet finden, aber zum einen sucht man wesentlich länger danach. Zum zweiten gibt es unendlich viele Lizenzmodelle für den privaten Gebrauch. Ja, wenn Werbung bei den Videos geschaltet worden ist. Nein, aber nur unter Nennung bestimmter Produzenten. Man muss da sehr viel bei beachten. Aus diesem Grunde habe ich mich entschieden, es mir etwas einfacher zu machen und mich in zwei Datenbanken einzukaufen. Die kosten jeweils, glaube ich, 100 Euro im Jahr. Plus minus geht sie auf 10 Euro ein. Sowie einen Online-Datenspeicher, in dem ich meine ganzen Projekte sichern kann, auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Urlaub bin, weil ich eben nicht Festplatten und größere Speichermedien mit mir rumschleppen möchte. Das ist der eine Block. Dann kommt ein ganzer Haufen Kleinkram dazu. Telefonate, die ich mit Herstellern führe, mit Uhrenfirmen, mit einigen von euch, um mich abzustimmen. Fahrtkosten, Parkgebühren, auch Knöllchen, die ich bekomme. Alles das summiert sich auf, auf einen Betrag von auch, ich glaube, 150, 200 Euro im Jahr, weil ich doch relativ viel unterwegs bin. Dann kommt eine ganze Menge Kleinkram dazu. Akkus, Powerbanks, wenn ich unterwegs bin, Kabel, Adapter, immer wenn ich was Neues habe, brauche ich oft auch einen neuen Adapter dazu. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft. Die Kamera plus Tasche plus auch zwei Reserve-Akkus, klar, wieder Akkus, war auch um die 1.000 Euro. Ich war auf der Watchtime in Düsseldorf, habe dort übernachtet. Einige werden sagen, klar, du warst ja beim Sinn, Uhren- und Technikforum, Stammtisch, und hast deshalb da übernachtet. Das stimmt in gewisser Weise. Ich hätte aber auch da übernachtet, wenn der Stammtisch nicht gewesen wäre. Einfach, um auf der Messe mehr Zeit zu haben, keinen Zeitdruck und die Sachen ordentlich vorzubereiten und ordentliche Videos machen zu können. Insofern wären diese Übernachtungskosten in jedem Fall angefallen. Also ihr merkt, da ist eine gewisse Investition, ein gewisser Betrag vorhanden, den ich auch in den Kanal stecke. Das mache ich gerne, das ist mein Hobby. Ich erwähne das nur, damit die Einnahmen, die ich jetzt gleich erläutern werde, auch in einem entsprechenden Verhältnis stehen und relativiert werden können. Auf der Einnahmenseite habe ich zwei Einnahmequellen. Das eine ist Amazon Partnerlinks und das andere sind YouTube Werbeeinnahmen. Ich habe keine Einnahmen aus Kooperationen. Ich habe keine bezahlten Videos. Ich bekomme keine Uhren gesponsert. Ich habe kein Sponsoring. Ich habe kein Product Placement. Alles das findet bei mir nicht statt. Und wenn man sich einmal umhört, sind das in aller Regel die Haupteinnahmequellen von professionellen oder semi-professionellen YouTubern. Das Sponsoring, die Partnerschaft, das Product Placement. Die reinen YouTube Werbeeinnahmen sind nicht so hoch. Ich zeige euch das gleich noch genau im Detail. Beginnen möchte ich mit meinen Amazon-Einnahmen. Ihr wisst, unter meinen Videos habe ich Amazon Affiliate Links, Partner Links, wenn ihr über diese Links etwas bestellt, dann bekomme ich davon einen kleinen Kickback, ohne dass das für euch teurer wird. Und im gesamten Jahr 2021 habe ich aus diesen Amazon-Geschäften einen Betrag erhalten, der sich über das Jahr aufaddiert hat auf 138,81 Euro. Fünf Euro Prämie war noch, weil irgendjemand von euch entweder eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat oder die Amazon-Kreditkarte genommen hat, irgendwas in dieser Art, dann bekomme ich dann eine etwas größere Prämie. Also im Jahr über den Daumen gepeilt von Amazon 140 Euro Brutto. Das heißt, ich muss sie noch versteuern. Von Amazon selber habe ich, auch da muss ich ein bisschen gucken und zeige euch das, einen Umsatz gehabt von 1538,32 Euro. Der setzt sich aus drei Hauptkomponenten zusammen. Das ist einmal der Werbeumsatz von Amazon. Dann sind es Superchats und solche Geschichten, wenn ich eine Premiere mache, also mit sofortigem Live-Chat oder einem Live-Stream, mache ich nicht so häufig. Haben auch im ganzen Jahr nur drei Leute darauf angesprochen. Das war ein Umsatz von Brutto, ich glaube, 15 Euro. Irgendwas um die Riesentrehrung. Also extrem vernachlässigenswert. Und der zweite Teil, der auf die Werbeeinnahmen noch dazukommt, das sind die Kanalmitgliedschaften. Das beläuft sich bei mir im Augenblick im Monat auf 16 Euro, 15 Euro Brutto immer abhängig vom Dollarkurs. Das heißt, 99 Prozent meiner Einnahmen sind YouTube-Werbeeinnahmen durch die Werbespots und die Werbeclips, die bei meinen Videos laufen. Die Werbeeinnahmen setzen sich zusammen oder werden berechnet nach CPM. Das sind die Kosten, die ein Werbetreibender pro 1.000 Klicks an YouTube bezahlt. Aber das bekomme nicht komplett ich. Davon behält sich YouTube einen Guteil ein. Für mich relevant ist der Teil RPM. Das ist Revenue per Mill, also mein Ertrag. Pro 1.000 gezählter, valider Klicks. Und der liegt deutlich drunter. Aber das könnt ihr hier auch auf den Screenshots sehen. Er liegt deshalb drunter, weil zum einen YouTube sich seinen Teil an dem CPM einbehält und zum anderen, weil immer dann, wenn ein Adblocker, ein Werbeblocker eingesetzt wird, dieser Klick nicht gezählt wird. Wenn die Werbung nicht lang genug geschaut wird, wird der Klick nicht gezählt und ich bekomme nichts. Einfach nur zur Erläuterung. So und daraus setzen sich für das Jahr 2021 meine Bruttoeinnahmen von 1.538,32 Euro zusammen. Jetzt ist natürlich noch interessant, was sind die erfolgreichsten Videos? Was verdiene ich pro Video? Und dafür habe ich euch auch ein Screenshot gemacht. Es gibt genau ein Video. Das ist der absolute Spitzenreiter. Und das ist das Video, wo ich gezeigt habe, wie man Stahlbänder kürzen kann. Mit diesem Video habe ich im Jahr 2021 etwas mehr als 190 Euro Bruttoumsatz gehabt. Alle anderen Videos liegen unter 40 Euro. Einige wenige um die 30 Euro. Der Hauptteil liegt, und soweit geht die Liste gar nicht runter, weil ich mittlerweile fast 300 Videos auf meinem Kanal habe, liegt zwischen 5 und 15 Euro. Das ist also das, was ich brutto pro Video einnehme, was ich mache. Wenn ich jetzt die 1.500 Euro von YouTube plus die 140 Euro von Amazon nehme, meine Kosten dagegen aufrechne, werde ich wahrscheinlich einen Nettoertrag aus meinem YouTube-Business haben von 350, 400 Euro. Ich habe die Aufstellung noch nicht endgültig gemacht. Das muss ich dann versteuern. Und das ist dann das, was für mich netto tatsächlich übrig bleibt. Ja, das ist eine Transparenz, die ich euch gerne geben wollte, weil es mir wichtig war, dass ihr auch seht, wofür ihr Werbung schaut, was das für mich bedeutet, was ich davon investieren kann und was bei mir tatsächlich in die eigene Tasche wandert. Und das ist nicht so viel, dass ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde das nächstes Jahr wieder machen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht nicht 1.500, sondern 1.800 Euro sind oder 2.000 Euro, sodass ich vielleicht 500 Euro versteuern muss oder 600, dass ein bisschen mehr hängen bleibt, aber immer noch nicht so viel, dass ich mich deswegen verstecken müsste. Ja, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und vor allen Dingen erfreut euch an meinen Videos und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.